Kaffeekannen, Briefmarken, Schaltplatten, Oldtimer oder Teddybären. Es gibt nichts, was man nicht sammeln könnte. Hier in unserem Wohnzimmer haben wir diese kleine Galerie von Figuren aus Venezuela, die uns an unsere zwei Jahre dort in Südamerika erinnern. Der Mensch ist eben ein Jäger und Sammler. Schon Kinder tragen dieses Bedürfnis in sich, Erinnerungen und Erlebnisse festzuhalten. Die kleinen Eimer und Kisten mit unzähligen Muscheln in unserem Keller beweisen das. Wir alle sammeln, weil uns die Dinge an das erinnern, was war. Und man konstruiert vielleicht auch so etwas wie seine eigene Geschichte, wenn man bestimmte Dinge aufhebt oder eben nicht aufhebt. Am liebsten aber sammle ich kleine Geschichten aus dem Alltag. Gute Alltagsgeschichten sind für mich so etwas wie eine Medizin gegen eine negative Weltsicht. Bad News are good news. Schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten. So lautet doch oft der Grundsatz in unseren Medien. Mord und Totschlag, Skandale und Katastrophen erregen tatsächlich unsere Aufmerksamkeit und verkaufen sich besser als gute Nachrichten. Die Gelten gelten gewöhnlich als langweilig. Zu Unrecht, finde ich. Vor einigen Tagen hörte ich zum Beispiel von einer Familie in unserem Dorf, die sich vier Jahre lang um eine alte Frau aus der Nachbarschaft gekümmert hat, die von sich selbst sagte, sie hätte eine Menschenallergie. Traurig, nicht wahr? Niemand wollte mit ihr etwas zu tun haben. Als sie aber irgendwann auf Hilfe angewiesen war, tauchte wie durch ein Wunder Anke, die Nachbarin, mit ihrer Familie auf und kaufte für sie ein, fuhr sie zum Arzt, erledigte die bürokratischen Dinge und war einfach für sie da als Mensch, bis die alte Frau vor einigen Tagen gestorben ist. Mich beruht diese Geschichte, weil sie mir zeigt, wie viel gute Energie in Menschen steckt und wie sie auch schwierige Aufgaben annehmen, weil sie merken, das ist jetzt mein Ding. Das muss ich jetzt tun, weil niemand sonst da ist, der das tun kann, was uns die Nächstenliebe aufträgt. Gute Altersgeschichten wie diese sind für mich wie das Brot, das ich zum Leben brauche. Mir kommt dazu eine kleine Geschichte von zwei Wölfen in den Sinn. Sie geht so. Eine alte Indianerin saß mit ihrer Enkelin am Lagerfeuer. Es war schon dunkel geworden, das Feuer knackte, die Flammen züngelten zum Himmel. Die Alte sagte nach einer Weile des Schweigens, weißt du, wie ich mich manchmal fühle? Es ist, als ob zwei Wölfe in meinem Herzen miteinander kämpfen würden. Einer ist rachsüchtig, aggressiv und grausam. Der andere aber ist liebevoll, sanft und mitfühlend. Welcher der beiden wird den Kampf um das Herz gewinnen, fragte das Mädchen. Bedächtig antwortete die Alte, der, den ich füttere. Darum sammle ich gute Alltagsgeschichten. Bleib behütet. . Beide alltsots. MaratholIL